Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Es war jetzt mega lange Ruhe und ich möchte jetzt einfach mal kurz einen kleinen Vlog machen, um euch so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Ich habe jetzt eine Weile mit mir selber rumgegrübelt, ob ich so ein Video machen soll oder nicht, aber irgendwie fühle ich mich in der Verantwortung, euch kurz ein Feedback zu geben, warum jetzt so lange Ruhe war, aus welchem Grund keine Videos gekommen sind und wie es jetzt in Zukunft hier weitergeht. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass es gesundheitlich bei mir gerade so ein bisschen blöd gelaufen ist, aus diesem Grund YouTube ein bisschen vernachlässigt wurde, weil ich glaube, das weiß jeder, die Gesundheit das A und O ist und natürlich vorgeht und Vorrang hat. Ich hoffe, dass das jetzt ganz normal wieder weitergehen kann, weil es ein Hobby ist, was mir Spaß macht, was mir Laune macht und ich würde euch gerne weiter mit Videos unterhalten und ein bisschen Content bringen und würde mich einfach freuen, wenn ihr mir treu bleibt. Bislang hat das funktioniert und es sind immer noch Leute dazugekommen, die Videos werden weiterhin geschaut und ich gebe mir ganz, ganz, ganz viel Mühe, dass ich wieder einen regelmäßigen Rhythmus reinbekomme, um für euch produktive Inhalte hier auf YouTube hochladen zu können und euch damit einfach einen gewissen Unterhaltungswert bieten kann. Wenn der ein oder andere natürlich jetzt schon abgesprungen ist oder so, kann ich das verstehen. Es sind, wie gesagt, auch viele, viele Leute von Anfang an schon mit dabei und noch dabei, die sich auch bei mir erkundigt haben, wie es mir geht und so weiter. Das finde ich super, super lieb von euch und weiß das wirklich zu schätzen und finde es klasse, so eine Community im Hinterhalt zu haben, sage ich mal, die einem treu bleibt und auch wenn man ein bisschen länger kein Content kommt auf dem Kanal, dem dennoch treu bleibt. Mit mir ist soweit alles in Ordnung, um da Entwarnung zu geben. Ist einfach nur ein bisschen sehr viel gewesen die letzten Wochen bei mir und hat sich auf die Gesundheit umgeschlagen und ja, man sollte einfach sehr auf sich selber achten. Das kann ich euch auch nur mitgeben. Ja, achtet auf euch, auf eure Gesundheit und ja, das ist einfach das Wichtigste, was es gibt. Denn was nützt es einem, wenn man krank ist und nicht mehr arbeiten kann? Das ist kein schöner, schöner Punkt und keine schöne Sache, von dem wir aufpassen. Und ja, ich verspreche euch, wenn alles planmäßig läuft, gibt es eine große Überraschung, entweder Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres. Es geht in Richtung Selbstständigkeit, nebenberuflich. Ich liebe meinen Job, den ich mache, den werde ich weiterhin ausführen, aber bin da so ein bisschen am Experimentieren und es kommt vielleicht, wenn alles gut läuft, eine ganz coole Sache Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres. Es geht um die hier, viele können sich jetzt vielleicht schon denken, um was es geht und würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt und dranbleibt und ja, wir da was richtig Großes zusammen aufziehen können. Also, das war jetzt ein kurzes Feedback- beziehungsweise Up-to-Date-Video hier für den Kanal. Ich werde jetzt schauen, dass ich gleich noch ein paar Videos drehe, um für euch in den nächsten Wochen schon was parat zu haben und würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Ihr könnt mich sehr gerne, ähm, nicht unterstützen, sondern ihr könnt mir gerne folgen auf meinen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, überall unter dem Namen Mr. Manstrans. Ähm, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ähm, genießt das schöne Wetter und passt auf euch auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt und dann würde ich sagen, bis demnächst. Wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao.